Grüßt euch ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Koop-Abenteuer mit dem guten Headless Chris. Grüß dich mein Lieber. Hallihallüchen. Ja, wir wollen heute was ganz besonderes machen und zwar wollen wir mal ein HALC Cargo Run von vorne bis hinten mit einer richtig schön von Chris geplanten Route durchführen, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze aktuell funktioniert in der 3.21.1. Wo die Probleme liegen, die werden wir natürlich alle ansprechen und dann wisst ihr Bescheid und könnt das dann letztendlich nachmachen und wisst dann auch, wie ihr die Bugs eventuell umgehen könnt, die dieser Cargo Run mit der HALC momentan noch hat. Chris, bist du bereit? Na klar. Dann würde ich sagen, Brösterchen. Auf einen guten Run. Hopp, hopp. Ex und hopp. Simultan. Schnell noch exen, bevor wir ankommen, aber müsste klappen. Wir fahren zwar schon ein, aber ja, 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 schön. So, bis wir dann da sind, ist wahrscheinlich auch der Alkoholpegel schmiert weg. Aber mit einem Bierchen, glaube ich, geht das, ne? Na, ich denke auch. Wenn wir pusten, dann, also wir verlieren unseren Führerschein, ich glaube. Ja, unseren Führerschein. So, ich mache übrigens gerade einen, apropos Führerschein, ich mache gerade einen Drohnen-Führerschein. Oh, einen, also in, äh, in Real Life, ja, also nicht in Star Citizen. Sehr schön. Ja, ist ganz cool. Also, ich dachte halt, ich will mir eine Drohne holen und auch ein paar Luftaufnahmen so von Wäldern für meinen anderen Kanal und sowas alles. Und dann habe ich mir halt, äh, geguckt, Drohne rausgesucht und sowas alles. Und dann kam ich halt irgendwie darauf so, ja, aber das kann doch nicht sein, dass jeder Hans und Franz sich da irgendwie eine Drohne holt und dann einfach so, äh, das Ding in die Luft jagt. Man muss, man muss ja irgendwie, muss man ja, es gibt ja irgendwie, ne, muss ich ja auskennen. Kannst ja zum Beispiel unter Strommasten oder an Autobahnen und so. Und man, man kennt ja die, die Leute, ne. Ja. Ähm, dass da nichts, äh, ja, dass es ja immer Leute gibt, die sagen, ey, geil, der Autobahn, da fliege ich mal rein, ne, so. Und dann bin ich dazu gekommen, dass, dass, ja, okay, man muss echt einen Führerschein machen, ne. Und das ist wirklich so wie so ein, wie so ein Autoführerschein. Du musst halt so eine Schulung machen und musst dann halt letztendlich eine Prüfung machen. Musstest du da lange suchen oder ist das, ist das tatsächlich etabliert? Ja, ja, es ist etabliert, das ist etabliert. Es gibt natürlich immer neue Drohnengesetze, jetzt, glaube ich, 2024 kommen wieder neue dazu. Ähm, dass halt bestimmte Drohnen oder dass Drohnen auch jetzt Klassenzuordnungen haben müssen, ne. Die Drohnen, die keine Klassenzuordnung haben, die dürfen teilweise noch, oh, hier ist der Schrank auf, das ist auch selten, ne. Security Area. Ich geh mal rein, mal gucken, was ist. Ich geh mal rein, geh mal rein. Ah, schon wieder raus. Ich geh mal rein, geh die Tür zu und dann immer, ja, und das, das, es gibt halt immer Änderungen und, ja, auf jeden Fall eine spannende Sache. Ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, du zahlst da so ungefähr insgesamt 150 Euro für. Natürlich hast du dann noch keine Drohne, da zahlst du dann nochmal ab 1000 aufwärts, wenn es eine anständige sein soll. Ja. Nimmst du deine eigene dafür mit dann? Ne, es ist ein rein theoretischer Test. Ah ja, okay. Die sagen halt auch, du kannst zwar auch eine praktische Ausbildung machen, aber die kostet dann schon, ja, das geht dann bei 800 bis 1000 und noch mehr los. Aber diese theoretische Teste reicht und die sagen halt auch, du musst halt selbst üben und du musst halt selbst auch reflektieren, wenn du diese Ausbildung gemacht hast. Hey, geh langsam ran, starte das Ding einmal, lande wieder, fühl dich rein in das Ding. Du solltest jederzeit auf jeden Fall ein sicheres Gefühl haben, dass du die Kontrolle hast und so. Ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ist mein nächstes größeres Real-Life-Projekt, kann man mal sagen. Dann bin ich ja mal gespannt. So, zurück zur HALC. Ich habe noch ein paar schöne Farben mir besorgt und die ballern wir jetzt mal auf das Schiff drauf. Müsste eigentlich gehen. HALC, da ist er. Ich weiß auch gar nicht, warum ich zwei HALCs habe, aber gut. Weil du hast bestimmt eine Born Emergent Man, oder? Ja, das stimmt. Das ist es ja. Dann ist es der Lohner, genau. So, was nehme ich? Den HALC Horizon Livery Paint? Oder nehme ich den HALC Dusk Paint? Die sehen beide wirklich gut aus, aber der, das glaube ich, zieht noch, der ist, der hat so eine goldene, so einen goldenen Strich, der sieht gut aus. Ja, die sehen echt beide ganz geil aus. Der ist von unten weiß hier, so. Der ist nochmal so geteilt, das ist auch irgendwie ganz geil. Aber ich glaube, den hier, den fühle ich. Na, mach den mal raus. Mit diesen Streifen und so, das sieht schon fast ein bisschen edel aus. Ja, und ich fühle, du solltest definitiv nochmal deinen Helm aufsetzen. Ja, das fühle ich auch. Und wir haben übrigens das Ding schon umgebaut gehabt im Vorfeld. Und zwar ist jetzt hier ein Pontes drin. Standardmäßig ist hier ein, wie heißt er nochmal? Karma, glaube ich, ne? Wie, wie? Karma? Karma. Nee, äh, nee, ein, nee, oh Gott, warte mal. War das der Karma? Ich glaube, das war der Karma. Ja. Genau. Und der Pontes ist aber so ein bisschen wie der Crossfield als Size 3. Also er ist schnell und er schluckt halt nicht so viel wie so ein Military A. Der TLS, wie heißt er? TS2. TS2, genau. Ja, ne? Ihr müsst euch mit den Komponenten auseinandersetzen. Ich muss das auch tun. Ähm, ich weiß da viel zu wenig drüber, weil ich mir immer sage, ja, lass die Entwickler erstmal die Komponenten fertig machen und dann kümmere ich mich darum, weil ich bin kein Freund von, ich lerne das 1x1 auswendig und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ja, das 1x1 ist jetzt immer nochmal ganz anders. Ne? Und dann habe ich das komplett umsonst gelernt. Deswegen warte ich da immer erst, bis das Ganze dann wirklich final ist und dann wird sich richtig drum gekümmert. Aber, das muss natürlich jeder selber wissen. So, jetzt einen Helm auf. Genau. Damit wir das auf gar keinen Fall vergessen. Der ist natürlich irgendwo hier wieder in meinem Sortiment gelandet. Das ist ja leider immer so, dass der den dann irgendwo hinpackt und dass man mit dem mit Haar auch leider gar nicht wieder ausgerüstet kriegt, zumindest im Moment nicht. Zeitlang war das so, dann hat der irgendeinen Helm genommen. Ja, ja, genau. So, wo habe ich den? Wo ist er? Wenn du den zurücktust, ist es meistens der letzte. Ja, okay. Ja, das auch manchmal ist unterschiedlich. Manchmal packt er an die erste Stelle, manchmal packt er entweder an den Originalslot. Ach was. Und manchmal packt er zum Schluss. Wie ist das jetzt hier? Genau, so. Das ist mein Outfit für heute. Und ich würde sagen, Hangar 7. Let's so, fett so. Genau. Hier kann mal einer die Schmierereien hier wegmachen. Ist auch ein geiles Easter Egg, ne? Also ein geiles Gimmick, ne? Ja, total. Richtig cool gemacht. Ja, was glaubst du, wie lange dauert der Run ungefähr? Ja, ich gehe von etwas mehr als eine Stunde aus. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja, so ein Cargo Run, Freunde, ist wirklich immer ein bisschen länger, aber dafür habt ihr dann letztendlich auch ein richtig geiles, abgeschlossenes Gameplay. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, äh, für Star Citizen. Star Citizen, ich sag's ja öfter mal, ist nicht hoppla hopp. Ne? Ne? Eine halbe Stunde Spielzeit, könnt ihr eigentlich schon fast sagen, na, da kannst du ein paar Vorbereitungen machen. Oh, warum ist denn das lila hier unten? So, so. Ähm, kannst du ein paar, ja, ach so, ist das mein Helm vielleicht? Ich glaub, mein Helm hat es irgendwie, du, du hast auch eine lila, eine lila Schrift drüber. Ja, dann wird es wohl der Helm sein. Es ist so, 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 na, nee, lila ist das falsche, so Rosé. Stimmt, ich auch, ja, ich hab auch ein Rosé. Ha. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht das Bier. Möglich, möglich. Damit fängt's an, weißt du. So, da steht's, Freunde. Die Halse, ein Riesen-Eumel. Genau den, genau den Paint meine ich. Der ist, der ist hübsch. Der ist geil, ja, das stimmt. Mit diesen goldenen Akzenten dran. Ja, und diesen schwarzen Streifen auch, ne? Ja. So, Traktorbeamse brauchen wir zur Zeit noch nicht wirklich. Kann man natürlich schon mit rumspielen, aber das Be- und Entladen der Cargo geht ja alles noch automatisch. Ja, und wir werden euch immer sagen, wenn es zur Zeit einen Bug gibt und wie ihr ihn umgehen könnt, ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ob es auch wirklich immer ein Bug ist. Manchmal ist es einfach auch schon eine Vorbereitung, also das zum Beispiel, ja, eine Vorbereitung, dass auf das was kommt, ja, was wir halt noch nicht verstehen, dass das deswegen noch nicht funktioniert, aber es schon so halb implementiert ist. Aber wie gesagt, wir schauen einfach mal, wenn ihr noch Ergänzungen habt, ne, zu irgendwelchen Fehlerbehebungen, Workarounds, Bug-Informationen, Tipps, ähm, haut sie in die Kommentare, ne, da ist jeder und wir auch dankbar drum. Aber wie gesagt, wir gucken erst mal. So, zack. Soweit so gut. Starterlaubnis, beziehungsweise erst mal Mühle anmachen. Oh, ich glaube, ich sollte mal reparieren. Das Ding ist ja rot wie... Was? Ernsthaft? Ja, ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. So, ich kann hier aber nicht reparieren. Was machen wir da jetzt? Du kannst nicht reparieren? Ne. Warte mal, ich muss mal gucken, ob das bei mir auch so ist. Äh, äh. Shields? Ne, schade, ich kann mir das gar nicht anzeigen lassen. Kannst du dir die, ähm, Dings nicht anzeigen lassen hier? Die, äh, den, 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 Self-Status? Ne, leider nicht, nein. Ah, okay. Das geht bei mir nicht. Ja, gut, okay, Freunde. Wir sind rot. Ich weiß zwar nicht warum. Vielleicht ein Anzeigefehler. Ja, man weiß es nicht so genau. Ich werde auf jeden Fall erst mal die Start erlauben. Und da habe ich schon. Ne, habe ich noch nicht, ne? Ist noch Hangar, ist noch zu. Machen wir hier im Schiff direkt. Zack. Your case launch. Ich werde aber nochmal gucken. Eventuell braucht es auch ein bisschen. Jo, jetzt kann ich reparieren. Oh, 21.813. Auweihabend. Was hast du gemacht? Ja, ich habe keine Ahnung. Das war ich nicht. So, und ich tanke auch gleich mal voll. So, wunderbar. Ja, jetzt sind wir wieder taufrisch. Ich glaube, du musst auch ein bisschen beim Hochfliegen, glaube ich, ein bisschen zurücksetzen. Der hat dich ganz schön weit vorne gespawnt. Ja, das kann. Ist das noch vielleicht von meiner Landeaktion? Ne. Dass der den so da hinstellt? Ne, eigentlich nicht, ne? Ne, eigentlich nicht. Ja, schauen wir mal. Dann setze ich erst mal ein bisschen zurück. Erst mal gucken, ob wirklich der Treibstoff ist voll. Alles klar. Dann würde ich sagen, heben wir ab, oder? Ja. So, und erst mal so ein bisschen zurück. Und los geht's. Raus in den Schneesturm. In das Stegeschnöber. Genau. Und los geht's. So. Portressler ist logischerweise unser erster Punkt. Ja. Ja, der Chris ist heute unser Cargo-Offizier. Ich bin Pilot. Und so gehen wir die Sache heute an. Jo. Und ich bin sehr, sehr gespannt. So, erstes Ziel, wie Chris sagt, ist Portressler. Dort holen wir was ab. Da holen wir Scrap ab und Kupfer. Ah ja, okay. Und dann geht es nach Bajini Point damit. Ja, gut. Das ist schön, oder? Es ist immer wieder, ich genieße diese Grafik immer und immer wieder. Ja. Gerade wenn wir jetzt hier hoch, ne, diese bergige Schneeberge und diese Wolken, also... Ja. Und vor allem, wie dann die Stadt sich da hinten auftut und so, ne? Da ist wirklich geil. Man hat manchmal wirklich so das Gefühl, man ist da in Real Life schon gewesen, oder? Ja. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde es tun. Wenn ich könnte, würde ich, glaube ich, mal nach New Babbage fliegen, glaube ich. In Real Life. Soll es zwar den einen oder anderen Euro kosten. Ja, das denke ich auch. Gut. Dann gehen wir in den Sprung. In 3, 2, 1 und los geht's. So. Jetzt suchen wir uns als erstes wieder ein Landing Pad. Genau. Weil wir nicht an die Docking Ports wollen, ne? So sieht es aus. Genau. Da sind wir auch schon beim ersten Bug. Genau. Die Docking Ports funktionieren soweit. Also ihr könnt dort eine, wenn ihr jetzt eine Landeerlaubnis euch holt, könnt ihr da andocken. Ihr könnt auch automatisch dort andocken lassen. Das geht auch mit Länger N gedrückt. Ähm, das Problem ist, ihr habt, ähm, bei der Fahrstuhlfahrt leider den Bug, dass ihr rausglitscht. Während der Fahrstuhlfahrt kann es halt passieren zu 80%. Manchmal geht's gut, aber sehr selten, dass ihr wirklich in der Hülle landet und euch dann, ja, eigentlich nur noch killen oder auslocken könnt. Und das ist jetzt eigentlich so das erste Problem, um einen richtig schön anständigen HALC-Training ran durchzuführen. Ihr müsst halt neben ein Ländepad fliegen, müsst dann ins EVA gehen, so raus hovern und dann zum Administrator-Office gehen. Ist jetzt nicht schlimm, kann man machen, aber mit andocken, einem Andock-Arm ist natürlich schon so ein Tickchen geiler. Genau. Und zusätzlich noch einen Bug gibt's noch. Und zwar, das hatten wir vorhin auch schon mal, beim ersten Probe, bei der ersten Probierung, dass wir, ähm, dass der Docking-Arm nicht komplett ausfährt. Stimmt, stimmt. Aber den Bug hat man eigentlich nur, wenn ihr einstort. Also, wenn ihr an den Docking-Arm fahrt, das könnt ihr natürlich machen, ihr könntet auch im EVA euch abholen lassen mit einem anderen Schiff, da gibt's halt Mittel und Wege so. Aber ihr dürft das Schiff nicht einstorten. Wenn ihr es einstort und es wieder ruft, kann es halt sein, dass der Docking-Arm nicht ausgefahren erscheint. Er ist aber ausgefahren, eigentlich, für das Schiff und fürs System. Aber ihr kommt trotzdem nicht ins Schiff, weil er für euch optisch nicht ausgefahren ist. Wenn ihr dann eine Starterlaubnis holt, dann blub, ist er auf einmal am Schiff und dann geht das auch mit der Starterlaubnis, was auch mittlerweile gut funktioniert. Also ihr bekommt die Lande-Erlaubnis und die Starterlaubnis. Der Docking-Arm fährt dann auch zurück, das geht alles. Aber wie gesagt, das sind die beiden Probleme, die gerade sind. Deswegen fahrt lieber an einen Ländepad, fliegt an einen Ländepad, geht über das EVA, dann habt ihr da erstmal keine Probleme. Bis das Ganze dann behoben ist, dann docken wir selbstverständlich auch wieder an, weil es einfach auch ein bisschen geiler ist. So, wir nähern uns. Ich denke, wir sind richtig rum auf jeden Fall. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Ländepads finden. Da hinten sehe ich schon ein paar große Schiffe. Das könnte eine Reclaimer sein hier. Oh, da ist ganz schön was los, ne? Ist das da hinten nicht sogar eine Hall, wenn mich das nicht ganz täuscht? Muss man ranzcrollen. Ist das eine Super Hornet? Ich weiß nicht, irgendwas Großes ist da auf jeden Fall. Ah, nee, das ist tatsächlich eine Reclaimer. Und auf der linken Seite von der Reclaimer, da sind auch die Ländepads. Siehst du die? Ja, noch nicht, aber sind die... Ach, ja doch, jetzt sehe ich sie. Genau. Genau, da sind sie. Ja, ganz schön was los hier, ne? Mhm. Ist natürlich die Gefahr hier oben, gerade weil noch die Messe ist, dass irgend so ein Freefly-Uwe hier meint, er müsste irgendwo, naja, ihr wisst schon, mal ausprobieren, wie es ist, in ein Schiff zu fliegen. Wir schauen einfach mal. Wir tun so, als wenn wir hier alle gesittet unterwegs sind. Wir sind ja schließlich in Standen, da benimmt man sich ja, ne? Genau. So, in Pairo ist das was anderes. Oh, da oben fliegt auch was. Das könnte eine Halle sein, oder? Ich schalt's mal auf. Ja, das ist eine Halle-C. Geil, wie man das so von Weitem schon erkennt, ne? An der Form. Ja. Da hinten fliegt sie. Ach, das ist so gut, ey. So, dann kommen wir hier an einem Raumhafen an. Und wenn dann hier irgendwo noch die NPCs unterwegs sind, boah, dann hast du hier richtiges reges Treiben. Ja, da muss man aufpassen, würde ich sagen, ne? Ja. So, wir kommen jetzt hier im Standard-Manövering-Speed rein. Das würde ich euch auch empfehlen, ne? Weil das ist schon doch ein etwas größeres Schiff, was mitunter dann auch mal einen sehr, sehr langen Bremsweg hat. So, welches Landepad ihr hier nehmt, ist eigentlich relativ egal. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach hier neben das große links, oder? Also rechts daneben. Genau. So, dass wir auf der linken Seite schön raus können. Genau. Da, wo auch eine ausgefallene HALC schon steht. Ausgefahren. Genau, die macht nämlich das Gleiche. Die verkauft wahrscheinlich gerade. Guck mal, die hat da richtig zwischengeparkt. Oh, komm, da so fancy sind wir auch. Wir parken auch so rum. Ja, na denn. Geil. Ui. Und da ist einer explodiert. Das war der Freefly-Uwe. So, aufpassen, dass ich nicht explodiere hier. Hinter uns ist auch eine kaputte Pisces. Ja, stimmt. Wir stellen uns jetzt hier einfach schön neben die Pads, würde ich sagen. Und wie winzig da die Fury erscheint auf dem Lendepad gerade. Wahnsinn. Ja, wirklich. Ja, ist halt ein Turm, ne? Einfach nur ein kleiner Turm. So, ich würde sagen, wir sind da. Dann machen wir die Triebwerke aus. Die Schilde lassen wir an, würde ich sagen. Und wir gehen zum ersten Step über, um mit der Heil C einen Cargo Run zu machen. Ihr müsst jetzt zum Admin-Office gehen. Übrigens, was auch noch so ist, wenn ihr zu zweit fliegt, wundert euch nicht. Wenn der eine gerade in der Ausstiegsanimation ist, dann funktioniert das bei euch nicht. Dann müsst ihr kurz warten, ne? Und dann geht das dann auch, ne? Also manchmal, wenn ihr dann Z drückt oder so und nichts macht, dann steigt der andere gerade aus. So, hier sitzt übrigens dann irgendwann der Captain. Ich habe gerade zu Chris schon erzählt. Ich habe heute Starship Troopers gesehen, den ersten Teil. Und das war halt nochmal so geil, weil da so richtig klar wird, dass es die Infanterie gibt. Das sind halt die Fußsoldaten. Die haben aber mit dem Raumschiff liegen überhaupt nichts zu tun. Die sind halt spezialisiert auf Bodeneinsätze und Waffen und sowas alles. Und dann gibt es die Flotte zum Beispiel. Und die sind dann wiederum, die sind voll Raumschiff spezialisiert. Da gibt es dann einen Captain, den ersten Steuermat oder Offizier und sowas alles. Und jeder hat so seine Rollen und das ist schon cool, ey. So, und der Captain sitzt jetzt auf seinem Platz. Das ist der Stuhl, den ich euch gerade gezeigt habe. Und der macht nichts anderes, als einfach Befehle zu geben. Der hat das Schiff unter Kontrolle. Der weiß, was man machen muss. Der hat den Überblick. Der muss sich nichts aufs Steuern kümmern. Der muss sich nicht um die Waffen kümmern. Sondern der sagt einfach nur, was Sache ist. Und das wird auch nochmal ein richtig cooles Gameplay irgendwann, glaube ich. Ja, und der hat aber auch die Verantwortung. Der hat auch die Verantwortung. Zumindest bevor er sie abgibt. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall... Das können wir eigentlich auch mal machen. Einfach mal ausprobieren. Machen wir so eine richtige Rollenverteilung. Können wir ja mal machen, wenn das Engineering-Gameplay reinkommt. Ja. Dann suchen wir uns mal so ein paar Leute. Und dann machen wir mal richtig so eine Schiffskommandoreihe auf. Und ziehen das mal so durch. Bin mal sehr gespannt, wie es dann funktioniert. Können wir ja vielleicht sogar mit den Yellowhands machen. Das wäre eine Idee. Ja. Auf alle Fälle. Dann üben wir quasi für den Ernstfall. Genau. Was wir ja sowieso immer tun. Ja, absolut. So, da haben wir so die Fury. Eine Standard-Fury. Gut zu erkennen an den Waffen. Steht die bei dir richtig rum? Nee, ne? Nee, die steht auf der Seite, ne? Okay, ja. So, Pad 4 sind wir. Jo. Ähm, also ich hole jetzt erst mal Waste, sagst du, oder Scrap? Nee, Scrap und Kupfer. Und mit Kupfer auffüllen oder wie rum? Genau. Komplett das, was an Scrap da ist, wenn wir mitnehmen. Ja. Und füllen dann mit Kupfer auf. Okay. Das ist jetzt, wie gesagt, ein, ähm, exemplarischer, ähm, Cargo-Run, ne? Das kann man natürlich so, wo man ist, wo man sich befindet, von da aus kann man die Route natürlich immer starten, ne? Ist ja auch wichtig zu wissen, wo man am Ende rauskommt. Auf jeden Fall. Und das Beste ist, oder das Schönste wäre natürlich, wenn man nicht leer fliegt. Ja, absolut. Ne, ihr könnt natürlich auch immer mal gucken, ob ihr noch irgendeine andere Mission dabei habt. Noch vielleicht noch eine Handkiste mitnehmen und so. Also das kann man natürlich, ähm, ohne Ende weiterspringen, äh, spinnen. Wir fahren jetzt übrigens zur Galerie, ne? Das ist leider noch nicht das Cargo-Deck. Ich denke mal, das wird irgendwann aber zum Cargo-Deck werden, vermute ich mal. Mhm. Das denke ich tatsächlich auch. Ne, weil wir wollen ja schließlich, wir transportieren ja schließlich auch Cargo, ne? Und da wird dann wahrscheinlich auch eventuell das Gameplay mit reinkommen. Momentan ploppt die Cargo ja von alleine auf und irgendwann sollen wir das ja selber machen. Ne, das auf jeden Fall wird das noch sehr spannend. So. Genau. Dann schauen wir mal. Dann sind wir hier am Monitor, wählen die HLC aus, haben dann 4.608 Standard-Cargo-Units, gehen dann hier auf Buy, gehen dann hier auf Waste. Die haben ja auch... Ne, Scrap. Scrap ist out of stock. Ernsthaft? Ja. Ach was. Alles weggeliefert. Krass. Dann gucken wir mal, was wir an Kupfer haben. Kupfer haben wir auf jeden Fall noch viel, allerdings glaube ich auch nicht... Ja, wir kriegen 3.399. Mhm. 3.399. Wenn er es macht. Ne, macht er nicht. Ist ihm wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ich gehe mal ein bisschen runter auf 3.059. Mal gucken, ob er das macht. Das hat er gemacht. Mhm. So, dann sind wir über die Hälfte voll. Genau, was haben wir. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen Kupfer bekomme. Mhm. Ja, das hat er auch noch gemacht. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen Kupfer bekomme. Ich glaube, 119 bekommen wir noch. Aber voll macht er... Also voll will er nicht. Man muss immer so ein bisschen ein runter gehen. Aber das ist tatsächlich auch ein neuer Bug. Ja, ja, das ist ein Bug. Das ist ein Bug, genau. So, 6 Standard Cargons. Dann können wir hier jetzt nochmal 5 nehmen. So, das macht er auch noch. Aber den einen wird er vielleicht nicht mehr machen. Wir können es probieren. Mhm. Ne, den einen macht er nicht. Also einen lässt er irgendwie immer drin. Keine Ahnung, warum. Verrückt. Ja, und dann sind wir jetzt... Haben wir jetzt 3.398 Standard Cargons an Bord. Rest mit Waves auffüllen oder lieber erstmal nicht? Passt das in unsere Route oder... Ich... Da müssen wir halt einfach... Das ist ja Star Citizen. Und das ist ja auch Gameplay... Trading Gameplay. Da müssen wir jetzt quasi um... Ähm... Umplanen. Ja. Dann ist das so. Also, wir merken uns Kupfer. Ja. Ich gehe mal ganz kurz auf die... Auf den... Auf den Plan. Also soll ich... Oh, der hat gerade wieder... Er hat gerade Scrap reingekriegt. Wie viel? Äh, oh, viel. 1.500. Oh doch, das können wir auffüllen jetzt. Dann ist... Dann wunderbar. Dann soll es so sein. Leider weiß ich die Refresh-Raten, nicht? Ne, die weiß ich auch nicht. Müsste man wahrscheinlich mal am Monitor stehen bleiben, ne? Ja, genau. Und gucken. Aber die weiß ich leider auch nicht. So, jetzt sagt er, Pickup from Cargo Deck required. Manchmal habt ihr den Bug, dass ihr hier so einen endlosen Ladekringel habt. Obwohl, ist der auch beim Kaufen? Ja. Der ist nur beim Verkaufen, glaube ich, ne? Ne, der ist auch beim Verkaufen. Okay, wenn ihr hier einen endlosen Ladekringel habt, während dieser Aktion, wenn ihr das gemacht habt, dann geht einmal vom Monitor weg, geht wieder ran und dann seht ihr genau dieses Bild, wenn ihr hier die HLC auswählt, dass ihr dieses Pickup from Cargo Deck required stehen habt. Das ist nämlich nur ein Anzeigefehler. Es geht auf jeden Fall, ne? Also, könnt ihr nochmal kontrollieren, aber theoretisch könnt ihr dann auch direkt euch schon mal aufmachen zu den Cargo Decks dann. Aber halt vom Schiff aus, ne? Zeige ich euch. Oder zeigen wir euch. Genau. So, und das war Streich Nummer 1. Eigentlich haben wir jetzt tatsächlich eine kleine Umverteilung gemacht. Eigentlich war der Plan, dass wir ungefähr 3000, weil an einer Station sind meistens 3000 SCU-Scrap verfügbar. Und dann den Rest auffüllen mit Kupfer. Wir haben es jetzt aber umgedreht gemacht. Wir haben mehr Kupfer als Scrap, was aber vollkommen egal ist. Ne? Ja, wenn ihr übrigens auch nochmal so ein kleiner Seitentrick oder so ein kleiner Side-Trick, den ihr euch merken könnt. Wenn ihr zu zweit unterwegs seid, so machen wir das auf jeden Fall immer und so funktioniert das ganz gut. Und ihr steigt in den Fahrstuhl, dass man sich nicht rumrempelt, dass man nicht weiß, wer drückt denn jetzt den Fahrstuhlknopf. Macht es einfach so, der erste, der reingeht, geht hinten rechts in die Ecke und der zweite, der reingeht, geht vorne in den Schalter und drückt. Und wenn ihr wieder rausgeht, geht der vorne an dem Schalter, geht zuerst raus und der andere. So funktioniert das wunderbar, ohne dass ihr euch irgendwie anrempelt, irgendwie in die Ecke drückt. Und wer drückt den Knopf denn jetzt? So eine kleine Faustregel, an dem man sich mal so halten kann und dann flutscht es auch mit dem Partner. Genau, so sieht es aus. So, wo waren wir? Dockingport? Ne, Pad 4, ne? Pad 4, genau. So. Sehr schön. Und dieses Gameplay an sich, dieses Trading oder HLC-Gameplay, finde ich an sich ist das eine super, super entspannende Sache. Wenn man in real life einen stressigen Tag hat oder hatte und einfach so ein bisschen abspannen möchte, dann ist das wirklich eine tolle Sache. Also es macht Spaß. Ja. Und man kann tatsächlich, wenn man den Standard-Quantum-Drive, den Karma drin hat, auch während des Quantum-Fluges einfach auch mal sich in real life eine Tasse Tee machen. Ja, es dauert, aber es ist okay. Es ist das Gameplay halt, ne? Ja. Ja, später werden wir natürlich dann was zu tun bekommen im Schiff. Wir werden dann Wartungsarbeiten durchführen können. Und wir werden dann letztendlich wahrscheinlich sogar denken, oh Mann, ist der Quantum-Sprung schon wieder vorbei. Ich bin ja noch gar nicht fertig mit dem, was ich im Schiff machen wollte. Aber das kommt halt alles noch, ne? Momentan sind das halt dann teilweise endlose Flüge, weil ihr halt auch sonst nichts machen könnt. So, ich glaube, ich nehme ein bisschen Anlauf ins EVA. Na, dann mach das mal. Guck mal, da fliegt eine Carrack weg, auch hübsch. Oder? Sie kommt an. Carrack ist hier gerade. Ja, stimmt. Ich habe sie gerade noch so gesehen. Landet im Hangar, glaube ich, ne? Mhm. Und was sagst du zu dem Paint auch so von vorne? Sieht schön aus, ne? Ja, ich liebe matt-schwarz. Also mit matt-schwarz hat man mich sowieso. Ja. Und was ich ja geil finde, ist, dass diese Streifen hier hinten, die bestehen ja nicht aus unterschiedlichen Farben, sondern einfach nur aus einem unterschiedlichen Glanzwert des Schwarzes. Ja. Und das finde ich ja auch richtig gut. Ja, ist ein sehr geiler Paint. Ja. So, wo war denn der Eingang? Hier an der Seite links. Ach ja, der ist... Ach so, du gehst da rein. Ah, ja, 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 stimmt. Genau, genau. Ich bin immer noch im Hinteren, aber wir sind ja gar nicht angedockt. Da können wir natürlich hier vorne rein. Richtig. So, als zweites geht ihr jetzt wieder in euren Pilotensitz, startet die Engines, falls ihr sie aus. Falls ihr sie ausgemacht habt, wie ich. Sehr umweltbewusster und sparsamer Fuchs. Und dann macht ihr euch auf zu den Cargo-Decks. Wir können ja mal was versuchen, denn es gibt auch einen, da weiß ich nicht hundertprozentig, ob es ein Bug ist. Ihr ruft das Cargo-Deck und sie melden sich, aber ich kann nicht genau verstehen, was sie sagt. Vielleicht sagt ihr sowas, man muss erst mal zu den Cargo-Decks fliegen und sich dann melden. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich fliege jetzt erst mal dahin und dann melde ich mich. Die sind ja gar nicht weit, die sind ja schon da unten. So. Los geht's. Können wir eigentlich direkt abtauchen hier. Und da haben wir wieder die Größe, ne? Ja, es ist so gut. Das ist riesig. Es ist so gut. Und das jetzt, also allein das jetzt, ne? Mit einer 3D-Brille, ich glaube, boah, da wird dir schon anders im Magen. Denke ich auch. Und ich meine, wir haben kein kleines Schiff, ne? Und es wirkt so winzig neben den riesengroßen Cargo-Decks. So, jetzt sind wir theoretisch da. Jetzt gehe ich wieder ins Schiff. Man kann das natürlich auch aus Mobiglas machen, aber ich habe Bock, es über Schiff zu machen. Und gehen hier auf Portsch-Tressler Cargo und rufen das Ganze mal. Und hören mal, was die Dame sagt. Hey, this is Cargo Services. Let me see, what we got. Sending your deck assignment. Ah ja, genau das ist richtig. Sie sagt, lass uns sehen, was wir haben. Bitte jetzt zu deinem Punkt fliegen. So, mal so frei übersetzt. Da müssen wir jetzt gucken, wo der sich befindet. Das ist meistens so ein blauer Kasten, den ihr von außen, aber auch von innen seht. Mal schauen, kann sein, dass der auf der anderen Seite ist. Vermutlich ist er auf der anderen Seite. Von innen sieht das aus wie so ein Pfeil, der zum Quantum-Sprung, äh, zu so einem Quantum-Marker. Ach so, ach ja, okay, siehst du, das ist ein guter Tipp. Thank you. Also da. So, da seht ihr ihn auch außen. Also wir sind eigentlich schon fast da. Man sieht ihn gerade sehr schlecht, den Kasten. Ne, da ist er. Können wir direkt reinfliegen. So, wenn ihr das Pech habt und die Security kommt, um euch zu scannen, wartet's ab. Die fliegt meistens dann irgendwann wieder weg. So, und ihr fliegt jetzt hier also rein. Müsst natürlich noch die Spindel ausfahren. So, ne, das muss man natürlich machen. Und weil ich Joystick-User bin, würde ich euch auch raten, wenn ihr hier drin seid, in dieser Area zum Cargo beladen, macht die Engines aus. Weil ich hab festgestellt, dass es trotzdem immer noch ein kleines Signal gibt. Deswegen drückt I und geht rein. Und dann sollte euch die Dame jetzt eigentlich auch gleich sagen, dass es losgehen kann. Dauert manchmal ein paar Minuten. Und dann geht das los. Wichtig ist, dass dieses, dass diese, dieser, na sag schon, dieses Viereck, dass das grün wird einmal. Also so lange reinfliegen, bis es grün wird. Also es ist grün auf jeden Fall. Ach so, gut, na dann. Es ist grün, aber bis jetzt sagt sie noch nichts. Dann ist es, glaube ich, ganz gut, einfach nochmal ein bisschen rumzufliegen, ne? Ne, dann ist es tatsächlich ein nächster Workaround. Okay. Geh einfach mal einmal ganz kurz von deinem Platz auf und setz dich nochmal hin. Okay. Genau, das ist, vorher ist das so türkisblau. Das müsstest du, siehst du das Gitter eigentlich? Nein, nein, nein. Wenn du links und rechts aus dem Fenster guckst? Nein. Ach, schade. Das wäre auch noch ganz cool, wenn das einfach die ganzen Schiffsbesitzer, oder ganzen... Ja, hat sofort geklappt, als ich gedrückt habe. Ja. Ja, wisst ihr, wisst ihr Bescheid. Nächster Workaround. So, jetzt seht ihr schon da oben, die Cargo braucht viereinhalb Minuten ungefähr. Könnt ihr euch auch in die Außenansicht anschauen. Dort wird sie nun beladen. Ja, und irgendwann wird es so sein, dass das Ganze wahrscheinlich von mehreren NPC-Schiffen hier rangefahren wird, ja? Und, ähm, oder ihr es halt selber macht. Das wird auch nochmal sehr, sehr spannend, wie das dann funktioniert mit dem Gameplay. Ne, da wird wahrscheinlich das Ganze dann hier aus diesen ganzen Bays dann zu eurem Schiff gebracht. Ihr seht auch, dass der Kasten jetzt mittlerweile weg ist. Der ist während der Beladungszeit, verschwindet der und kommt dann wieder, wenn ihr voll seid. Dann müsst ihr euch sehr beeilen, weil er dann sofort in das Ship-Storing übergeht. Was, glaube ich, auch noch nicht wirklich richtig ist. Ne, nur, dass ich es schon mal gleich, wenn es stressig wird, damit ihr Bescheid wisst. So, das dauert jetzt ein bisschen, wie gesagt, ungefähr vier bis fünf Minuten. Und wenn jetzt keiner in eure Landezone fliegt, das kann natürlich auch sein, dass jetzt ein anderer Spieler hier lang fliegt, euch euer Schiff angucken möchte oder, wie gesagt, die Security hier lang fliegt, dann stoppt dieser ganze Prozess. Aber im Normalfall sollte er weitergehen, wenn dieses Schiff dann die Cargo-Area wieder verlässt. Genau. Und die HLC hat ja mit dem letzten Update, der 3.21.1, ja auch ihre Traktor-Beame bekommen, ihre Shift-Tractor-Beame. Genau. Die vorher nicht dran waren, aber jetzt dran sind. Und die funktionieren auch ganz gut. Genau. Hier oben sitzt zum Beispiel einer. Moment, ich zeige ihn euch. Da. Da sitzt zum Beispiel einer drauf. Und damit könntet ihr theoretisch dann auch die Fracht transportieren. Wie das dann letztendlich, wie gesagt, wird, das kann ich euch gar nicht so genau sagen. Ob ihr da wirklich die reinen Schiffstraktor-Beame nehmt oder ob ihr wartet, bis irgendwie die Cargo an euer Schiff gebracht wird und ihr dann mit dem Traktor-Beam die Cargo übernehmt und an euer Schiff packt. Und das müssen wir alles mal abwarten, wie das dann am besten funktioniert. Interessant finde ich, wie ihr die Kisten sortiert. Dass ihr immer erst mit diesen Inneren anfängt und ganz zum Schluss dann nochmal diese Außenplatten nimmt. Was ich schön finde, man sieht ja auch von der Farbe der Container, kann man ja auch erkennen, was drin ist. Ich habe jetzt übrigens keine Ahnung, was ich ausgegeben habe. Das finde ich jetzt im Nachhinein nicht mehr raus, oder? Ne, leider nicht. Naja, muss man, wenn man sich das Video anguckt und sich dafür interessiert, dann einmal mal aufschreiben. Ich mache das meistens nicht, weil mir das in der Live-PTU, in der Alpha-Phase, sage ich mal so, relativ egal ist. Da habe ich genug Kohle und das ist für mich, geht es rein ums Testen. Und dadurch, dass das sowieso alles noch nicht ausgebalanced ist, ist das alles für mich überhaupt irgendwie nicht wichtig. Weiß ich auch nicht. Ja. So. Na, bin ja mal gespannt. Hast ja echt viel Kupfer gekauft. Ja. War ja kein Scrap da. Ja, aber jetzt, jetzt guck mal. Jetzt kommt er? Jetzt kommt Scrap. Ja, ist eine ticke andere Farbe wahrscheinlich, ne? Ist, glaube ich, so braun, so dunkler, dunkelgrau, ne? Genau. Das ist braun, ja. Ich würde sagen, das ist braun. Ah ja, stimmt. Ah, ist aber auch cool, ne? Dass die unterschiedlichen Materialien einfach auch unterschiedliche Farben haben von den Containern, ne? So wisst ihr als Pirat auch immer, ob es sich lohnt. Ja, stimmt. Das ist die andere Seite der Medaille. So, vorne ist so gut wie alles voll. Jetzt wird hinten noch zusammengepackt. Erst mal oben, dann wahrscheinlich unten. Oder auch nicht. Ja, der geht immer im Ding, als die Uhrzeiger sind's. Ja, ja. Jetzt auf der linken Seite, dann wahrscheinlich unten und dann rechts. So, hat er aufgehört? Na, manchmal stoppt er oder hat er einen Schluck auf. Kannst ja mal kurz in die Innenansicht gehen, ob man irgendwie was sagt. Ah, nee, jetzt geht's weiter. Dann war es wahrscheinlich ein Serverhusten oder ein Serverschluck auf. So, jetzt sind wir gleich fertig. Das heißt, wir können die Maschinen schon mal wieder anmachen. So, denn jetzt will er sofort unser Schiff einstornen. Deswegen gehen wir natürlich sofort Gas. Das wollen wir nicht. So, da seht ihr, ne? 19 Sekunden. Aber ihr fliegt einfach geradeaus. Das schafft ihr meistens. Ja, 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 ja. Aber das wird unerprozentig auch ein Bug sein. Normalerweise sollten wir uns da wirklich länger aufhalten können. Gut. Was ist unser nächstes Ziel, Chris? Bei Genie Point. Und da verkaufen wir Kupfer. Alles klar. Da verkaufen wir den Kupfer und werden Scrap nachkaufen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal direkt nach A-Corp. Und hier macht sich natürlich jetzt auch unser, oder dein Quantum Drive so ein bisschen bemerkbar und ausgezahlt. Weil das wird jetzt nicht so lange dauern. Ja, genau. Mit dem Karma seid ihr dann wirklich, gefühlt eigentlich fast fünfmal so lange unterwegs. Aber ihr habt dann wirklich fast gar keinen Quantum Fuel Verbrauch. Ich denke mal, wir werden, ja, wahrscheinlich schon was sehen gleich. Das denke ich auch. So, wir gehen in den Sprung. Genau. Drei, zwei, eins und los geht's. Und am Ende des Tages macht sich ja auch bemerkbar, der Karma ist halt ergiebig und günstig halt. Weil du kannst halt erstmal ordentlich viel Geld einnehmen, bis du dann mal tanken musst. Das ist natürlich beim Pontes anders. Genau, also habt ihr Zeit, dann würde ich euch auf jeden Fall den Karma empfehlen. Einfach, um Geld zu sparen. Und wenn ihr sagt, ihr habt nicht so viel Zeit, dann solltet ihr entweder den Pontes nehmen oder den TL2, sagtest du? TS2. TS2, genau. Und da seid ihr dann noch schneller. Aber ihr habt dann wirklich wahrscheinlich sogar die Hälfte des Sprits für so eine Strecke verbraucht. Also da müsst ihr bei jedem zweiten Mal auf jeden Fall tanken. Aber ihr seid ruckzuck seid ihr. Das ist wirklich unfassbar, wie schnell es ist. Und ich würde euch auch raten, auch zur Zeit leider ein kleiner Bug, nicht unbedingt im Schiff rumlaufen. Manchmal kann es sein, dass wenn ihr den Pilotensitz verlasst oder den Co-Pilotensitz verlasst, dass ihr in dieser Aufstiegs- oder in dieser Animation aus dem Schiff backt. Das ist so ein kleiner Mediogler, der passieren kann. Und zack, das Schiff ist weg. Das ist bei so einer Menge an Fracht einfach super ärgerlich. Und die andere Gefahr ist, dass ihr, wenn ihr hinten durch diesen verlängerten Tunnel geht, wo die Frachtarme dranhängen, dass ihr da rausglitscht. Also da wäre ich wirklich vorsichtig, das im Moment lieber noch nicht tun. Also im Quantum-Sprung einfach im Sitz sitzen bleiben. Und gegebenenfalls diese wunderschöne Quantum-Animation genießen. Genau, die hoffentlich bald auch besser wird. Ja, noch besser. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir haben die Quantum-Animation ja nur von vorne im Schiff gesehen. Ich bin mal gespannt, wie die aussieht, wenn du dann von außen um das Schiff rumkammer hast. Ja. Was ich auch wirklich sehr, sehr cool finde, ist, dass wir hier wirklich, ist ja keine Ladebalken, den wir hier haben. Ja. Sondern, dass wir wirklich physisch auch Strecke zurücklegen. Ja, ja. Ja, das finde ich halt richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. So, ansonsten finde ich, an manchen Stellen sieht man schon noch, dass die HALC schon eine ganze Weile fertig ist. So, ich habe so manchmal so das Gefühl, dass so viele Texturen doch schon so ein bisschen an ein älteres Schiff erinnern. Weißt du, was ich meine? Meinst du von außen oder von innen? Ähm, nee, von vorne innen, wenn man sich das so anschaut. Ah, ja. Ich finde, die HAL A ist ja definitiv ein neueres Schiff. Die sieht ganz anders aus. Ja, 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 hast du recht, auf jeden Fall. Obwohl ich mir denke so, dann hätten sie es eigentlich aber auch gleich auf den aktuellen Stand bringen können. Ja. Aber wer weiß, ne, aber wer weiß, ne, was da immer die internen, ähm, Ansagen sind, ne? Ich glaube, vor zwei Jahren haben wir sie mal fliegen sehen in einem Video, ne? Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Da haben sie es schon mal gezeigt. Ja, doch, irgendwo mal, stimmt. Da haben schon alle gedacht, oh, hier, fertig, fertig, komm. Genau, genau, genau. Und dann hat es doch nochmal ein bisschen gedauert. Was sagt ihr? Also es sind immer so Prioritäten-Shiften, die sich dann irgendwie wieder wechseln, ne? Also das ist halt so. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Ich denke mal, selbst wenn wir irgendwas sehen, was hören, hat ja Cloud Empyrengance auch mal gesagt, wenn es nicht auf der Release View steht, ist es auch einfach nicht so, dass es kommt, ne? Progress Tracker, da können wir leider auch nicht wirklich, ähm, was rauslesen. Klar kann man sich immer das eine oder andere, wenn man sich auskennt, ähm, schon ein bisschen genauer ableiten. Je nachdem, wenn man weiß, ob das jetzt ein Upstream- oder ein Downstream-Team ist, dass du weißt, aha, guck mal hier, Lightning und Audio sind dran. Das heißt, die sind immer so mit einem Letzten dran. Da könnte eventuell bald was passieren, ne? Aber mehr auch nicht. Ne? Das kann aber auch dann wiederum sein, dass das gar nicht vorgesehen ist, dass das Schiff erstmal kommt oder das Fahrzeug, weil es eher erst für Squadron 42 fertig gemacht wird, ne? Obwohl es glaube ich, obwohl, ne, Squadron 42 und PU sind ja mittlerweile in einem, gibt's ja nicht mehr getrennt. Früher gab's ja da zwei verschiedene Roadmaps für. Aber das steht ja dann letztendlich auch bei den Teams mit dabei, ob das Squadron 42 ist oder PU. Ja. Ja, sehr geil. Aber wir haben auch schon gehört, dass ab nächstes Jahr viele, viele Inhalte, die uns bei der CitizenCon vorgestellt wurden, wohl ins PU kommen sollen. Und wir letztendlich da viel mehr Kapazität von der Entwicklung erwarten können, was den PU-Content angeht. Weil Squadron 42, wie gesagt, ist Feature-Complete. Also alle Mannschaften, alle Teams, die an den Features arbeiten, können zum größten Teil abgezogen werden und an PU-Inhalten arbeiten. Denn, wie gesagt, es geht jetzt ans Polishing, es geht ans, ja, Bug-Entfernen. Dann wird's wahrscheinlich irgendwann auch hoffentlich eine Beta geben, ne? Und, ja, wir können uns da auf jeden Fall auf einiges freuen, denke ich mal, was jetzt die nächste Zeit so passiert. Ja, und dann sind wir auch schon, haben wir uns komplett durch den Quantum-Drive gequatscht. Genau, eine Information habe ich dann auch so, und zwar ist das die Tatsache, dass wohl, so wie ich das gehört habe und gelesen habe, sollen ja auch schon die Teams auch wieder zurück, also viele Teams auch wieder zurück ins PU gewandert sein. Ach, soll schon passiert sein, ja? Genau, genau. Cool. So, wir sind da. A-Korb, ein Planet, der zum größten Teil oder zum überwiegenden Teil aus Stadt und Gebäuden besteht, wird aber auch später noch ein bisschen Flora und Fauna bekommen und sogar auch einen Bergmassiv. Denn irgendwo muss die Luft hierher kommen, ne? Jo. So, dann wollen wir mal. Wir haben übrigens Fracht an Bord, man merkt das total an der Schiffssteuerung, das ist richtig schwerfällig. Ohne die Fracht ist das alles viel, viel, viel besser, merkt man auch gerade beim Rollen. Aber auch das, muss ich sagen, finde ich sehr geil. Ja, da gehe ich mit, finde ich auch super cool. So, dadurch müsste der Spritverbrauch auch enorm viel größer sein. Denn wir müssen ja viel mehr arbeiten. So, bei Genie Point, next stop. Genau. Wie ist denn das jetzt? Wir fliegen wieder neben ein Ländepad wahrscheinlich, oder? So sieht's aus. So sieht's aus. Dann gehen wir zum Admin Office. Ja. Und können wir dann da gleich verkaufen und kaufen? Oder müssen wir erstmal verkaufen? Achso, wir müssen praktisch doppelte Wege gehen. Richtig. Schade. Ja, absolut. Aber in dem Fall, so ist es zur Zeit. Und wenn man das aber, wenn man weiß, wo die Ländepads sind und so schlimm ist, finde ich es gar nicht. Das geht. Okay. Also es hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist. Na gut. Ja, was ich halt noch cool finden würde, ist, wenn einfach die Möglichkeit bestände, dass ich jetzt als Captain oder als Schiffeigner sagen kann, Chris, du bist der Cargo-Offizier, du kaufst die Cargo, hier hast du ein bisschen Geld, du kannst das handeln, dass man das sich da einfach teilen kann. Dass einfach so ein Multi-Crew-Gameplay entsteht, was man sagt, dass man sich jetzt nicht die doppelten Wege, sondern der Chris bleibt dann halt einfach im Admin Office oder später dann im Cargo-Deck. Und wenn ich sage, so, Cargo ist runter, dann kauft er die Cargo und wir können uns die Wege sparen. So, jetzt werden wir gescannt. Jetzt müssen wir kurz anhalten hier. Oder halt tatsächlich, wenn das in einem Wisch gehen würde, weil theoretisch müsste es ja machbar sein. Ja. Verkaufen und kaufen müsste eigentlich, da das ja eh mit Überweisung ist, weil du verkaufst zwar am Terminal, aber das Geld kriegst du ja erst, wenn das Cargo auch wirklich von deinem Schiff runter ist. Da das hier eh mit Überweisung geht, ist das ja vollkommen wurscht, weißt du? Ja. Deswegen müsste es ja eigentlich auch so funktionieren. Das stimmt. Ich denke mal, es ist einfach im Hintergrund. Ja. So, er ist zufrieden. Wir sind es auch. Haben keine illegalen Sachen an Bord. Das heißt, wir können weiter Gas geben. Achtet darauf, dass ihr jetzt nicht unbedingt in Security über den Haufen fliegt. Abgesehen davon sehe ich ihn gerade gar nicht. Ach, da oben ist er. Ja, der fliegt noch ein Stück weit mit, wie ihr seht. Sollte dann aber eigentlich gleich abdrehen. Ja. Eigentlich. Macht er nicht? Na, ich glaube, es dauert immer ein bisschen. Ah, jetzt dreht er ab. Jetzt fliegt er nach unten weg. Ah ja, okay. Ah ja. Zurück nach A-Korb. Sehr schön. Cool. So, dann gucken wir uns mal an, wo die Ländepads sind. Aber ich glaube, die sind an diesem langen Arm, ne? Ja, genau. An diesem kurzen Stück. Genau. Die sind tatsächlich, äh, an diesem kurzen Stück. Genau. Zwischen, zwischen Cargo-Deck und Station. Ja. Okay. Das ist auch immer so meine Route, die ich nehme, äh, über bei Genie Point. Was ich immer ganz gerne mache, ist, wenn es so dunkel ist, ne? Dann, dass ich halt immer scanne. Hm, stimmt. Dass man da so ein bisschen... Nein, ich gehe meistens in die Außenansicht. Ja. Ne, weil da ist es halt wesentlich heller, einfach. Na, das stimmt. Na, das hoffe ich, wird auch nochmal angepasst, ne? Weil das ist ja okay, ne? So kann man ja wirklich arbeiten, aber das ist einfach das zu dunkel. Ich glaube, ich denke mal, das wird an Licht liegen, was du hier drinne hast. Vielleicht wird das auch mit der Überarbeitung des neuen Huts dann letztendlich, ähm, ja, viel besser sein. Ich habe auch so das Gefühl, dass das tatsächlich ein Bug ist, der direkt bei der HALC ist, weil bei keinem anderen Schiff habe ich das so stark, ähm, empfinde ich das so stark wie bei der HALC, ne? Ja. Kann sein, ja. Also es ist auch bei anderen Schiffen, aber das ist schon sehr extrem hier, ja, das stimmt. So, da vorne haben wir schon die Landepads, das ist da, wo dieses Licht leuchtet, also nicht da, wo diese roten Dinger sind da links, wo die Werbung ist, sondern wirklich diese Light-Lampe da vorne, was auch immer das ist. Wahrscheinlich ein Schiff. Mal schauen. Ja, ist ein Schiff. Jetzt haben wir da eine Origin 300i. So, so, so. Ja, ich würde euch raten, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, wirklich im Standard-Maneuvering-Speed zu bleiben. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, wenn ihr das Schiff nicht kennt, dann können die Bremswege dann doch schon ganz schön lang werden. Obwohl die HAL, muss ich sagen, einen sehr, sehr starken, äh, Retro-Schub hat. Ja. Ja, nur nicht übertreiben, ne, gerade mit so viel Fracht. So, dann gehen wir mal auf das Große wieder, stellen uns diesmal auf die andere Seite. Ne, warum fliegen wir zu den Pets? Wir könnten natürlich auch überall auch anders hinfliegen, aber bei den Pets gibt es halt die Möglichkeit, vom EVA aus gut in die Station zu kommen. Ne, das ist eigentlich der einzige Grund. Ne, theoretisch könnte man auch, obwohl, ne, das wäre Quatsch. Ne, würde gerade sagen, in einen Hangar fliegen und da dann das Schiff verlassen, aber das wäre ja völliger Blutsinn, weil da hast du ja kein EVA. Und das geht auch nicht. Stimmt, weil du einfach keinen Hangar kriegst. Genau, und weil das Schiff einfach viel zu groß ist, da kannst du nicht mal ansatzweise in einen Hangar. Ja. So, wir drehen wieder um, würde ich sagen. Parken hier wieder rückwärts ein. So, wir müssen immer so ein bisschen umdenken hier. Und wir fliegen aber noch ein Stück näher ran hier, auf jeden Fall. So, alles sieht doch super aus. Sieht gut aus, ne? Ja, ich denke, das so kann man bleiben, ne? So, bleiben wir, jo. Jo. Da machen wir die Triebwerke wieder aus. Du steckst da als erstes aus. Ich steig als erstes aus. Ne, Triebwerke mache ich meistens aus, einfach, weil ich denke, ich hinterlasse dann einfach ein bisschen weniger Signatur, bin raus. Mhm. Aber die Schilde und so, das lasse ich meistens an, einfach, falls dann doch irgendein Hi-O-Pei kommt, der meint, er müsste schießen, dann hat das halt ein bisschen schwerer. Ne, abgesehen davon sollte die Station sich dann eigentlich auch sofort wärmen, hoffe ich zumindest. Ja. So, das ist übrigens immer noch die Flasche hier aus meinem Livestream, die mir der Drago mitgebracht hat. Ich mach zu. Jo. Ja, Einstieg ins Pad ist meistens ganz gut, wenn ihr das hier vorne macht, über die Spitze. Da habt ihr nicht die Gefahr, dass ihr in der Struktur landet. Ja, ihr habt da ein bisschen... Ihr habt da zumindest gleich das... Ihr kommt ja direkt aus Ländepad, das will ich damit sagen. Weil hier meistens, wenn ihr von hier kommt, dann habt ihr hier noch diese Strukturen hier und manchmal verfriemelt man sich da drin. Deswegen geht dann lieber über die Ecke. Das ist so ein bisschen sicherer. Ist mir leider auch schon passiert. Ja, mir auch. Ja, und irgendwann hoffentlich können wir dann hier auch an solchen Toren hier wie links uns einfach auch mal ein paar Fahrzeuge rausholen. Das wäre auch nochmal richtig cool, wenn das irgendwann nochmal gehen würde. Auf so ein Pad dann sozusagen einladen, ne? Genau. Ich habe so ein Auge gerade auf mein Trinken und Essen und es geht super schnell runter, ne? Ja, wirklich. Vielleicht sollten wir uns nochmal einen genehmigen. Das liegt am Bier, glaube ich. Das ist der Bierdurst. Das könnte möglich sein. Bierdurst ist Durst, der nur durch Bier gestillt werden kann. Das ist genau wie Eihunger. Ja. Dann würde ich sagen, stelle ich nochmal ein Bierchen hin. Ja, finde ich gut. Ja, pass auf, dann machen wir es gleich hier. Ist Bier eigentlich auch, geht Bier eigentlich auch auf Essen? Ja. Ach echt? Zählt beides hoch? Ja. Finde ich gut. Das ist schon realistisch. Ich finde das super. Na komm. Da. So. Gläse. Bitteschön. Danke. Na dann, Prost. Pröstechen. Ja, Essen zählt bei Minico. Ich wollte gerade sagen, warum macht er das nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall macht er plus, plus, minus, minus. Also, was auch immer das heißt. Ja. Vielleicht müssen wir so ein Burrito reinpfeifen, wa? Genau. Machen wir aber erst, wenn die Mission complete ist, oder? Genau. Aber hier hinten in dem Mülleimer, ne? Wir wollen ja ein sauberes Denten haben. Ja, ja. Wo ist einer? Hier. Ah ja. Wir können uns ja auch gleich hier schon mal ein Burrito mitnehmen, oder? Genau. Und mal in die Tasche stecken. Eine, eine Taschenburrito. Ah, hier ist ja nur ein, ist ja kein Burrito. Ist ja ein Hotdog. Dann nehmen wir eine Taschenhotdog mit. Wunderbar. Na? Will er nicht? Nee, so richtig? Ich geh jetzt oben. So. Mach der ihr Wohnheit. Hast den gleich aufgegessen, oder? Jetzt hab ich ihn reingegessen, ja. Okay, ich nimm aber noch einen mit. Das ist überhaupt kein Problem. Ich hab ihn hier direkt erstmal gekauft. Aber ich hoffe, er hat ihn gleich in meine Jacke gepackt. Nee, hat er nicht. Machen wir mal so. Ich glaub, den Helm können wir ja eigentlich auch hier reinpacken, ne? Ja. Nee, den packt er nicht rein, komischerweise. Wahrscheinlich ist der zu groß. Mhm. Ich hab das glücklich. Ich hab meine, meine Rüstung, ähm, da kann ich einen Helm reintun. Naja, vielleicht liegt, ja, ich glaub, es liegt einfach an meiner Rüstung. Ich hab ja nur so ein leichtes Teil hier an. Ja. So, nächster Step. Admin Office. Kupfer verkaufen. Und zwar Kupfer verkaufen, genau. Wieder in die Galerie fahren. Den Admin Office suchen. Meistens ist es so, wenn ihr ihn nicht auf der Etage habt, in der ihr seid, dann ist er einen höher. Gute Erkenntnis, ne? Absolut. So. So, meistens ist er dann geradeaus oder rechts. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. So, zack. So, moin dir her. Moin. Dann geht ihr hier wieder auf euer Schiff. Ihr seht dann hier unten auf der Seite, ihr könnt hier Kupfer verkaufen. Scrap wollen die hier nämlich gar nicht. Dann geht ihr da rauf. Zieht natürlich euren Balken komplett hoch, ne? Gebt was da ist. Geht auf Sell. Und wir haben 1.182.000 verdient. Naja, Kupfer ist schon nicht gerade wenig. Genau. So, jetzt seht ihr hier diesen Prozess. Er rödelt, 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 rödelt. Gar kein Problem. Ihr habt es auf jeden Fall verkauft. Ihr geht weg, geht wieder ran und seht, dass das Kupfer, genau, hier bestätigt ist. Wir müssen uns natürlich erstmal zum Cargo-Deck jetzt, ne? Und um das Geld wird uns natürlich auch erst gutgeschrieben, wenn wir die Ladung abgegeben haben. Aber ihr seht halt, wie gesagt, der hat es bestätigt. Und wir müssen wieder zurück zu unserem Schiff. So sieht's aus. Den Helm bitte nicht vergessen. Da hast du recht. Ich drück mal H, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber ich glaube, es wird nicht klappen. Absetzen geht mit H, wenn ihr es... Ich glaube, H ist mittlerweile auch Standardbelegung, ne? Musst man gar nicht mehr extra machen. Früher war das schon mal extra. Früher musstest du das hier in diesem In-Assort-Menü, was du aber auch nicht da hast im Moment, ne? Ne, das ist irgendwie auch weg. Ja, ich habe ich auch permanent vermisst irgendwie. Mit F und rechter Maustaste macht ihr eigentlich das In-Assort-Menü auf, aber irgendwie ist das gerade nicht da. Drück mal die Taste G und halt die gedrückt. Da gibt es ein In-Assort-Menü, aber das ist irgendwie leer. Stimmt, das ist so leer, ne? Genau, da ist nichts. Und C gedrückt gibt es ja auch eins, aber da sind normalerweise die Med-Pens drin, wo man welche hat. Genau, genau. Ne, aber F ist irgendwie... keine Ahnung. Was ist denn bei G? Ist das so Granaten und so Zeug? Ja, ja, theoretisch ja auch so, ja. Ja, aber das andere ist nicht da. Haben wir uns jetzt gemerkt, welches Pad es war? War das Pad V4? Da haben wir jetzt mal nicht drauf geachtet, ne? Genau, also gut, ne, dass es uns passiert ist. Achtet darauf, an welchem Pad ihr seid. Ne, es gibt ja zum Glück aber glaube ich nur vier, ne? Ja. So, ich würde sagen, es ist Pad 3 gewesen. Was sagst du? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es Pad 1 ist. Aber es ist auch nur so ein Gefühl. Na gut, dann nehmen wir mal Pad 1. Vielleicht hast du recht. So, Helm hab ich natürlich noch nicht auf. Das müssen wir noch machen. Sonst Schwerelosigkeit ohne Helm. Blöd. Das sieht nicht danach aus. Ja. Dann ist es vielleicht doch Pad 3. Nein? Dann ist es vielleicht Pad 2. Pad 2. Wahrscheinlich. Es ist Pad 4. Warte mal. Wie sicher? Ja. Ja, okay. Gut, dann haben wir wenigstens einmal alles durchgebracht. Ja, genau. 153. War der erste Gedanke gut, ne? Ja, absolut. Helm. Hab ich. Echt? Okay, bei mir hast du keinen Helm auf. Ah ja, Ugo, ich hoffe, ich hab einen auf. Ja, doch, er macht nichts. Er gebildet nicht. Okay, dann ist er gut. So, also merken beim nächsten Mal Pad. Oh, jetzt hast du ihn bei mir auf. Ja, einfach so cool, ey. Diese Weiten, ey. Es ist so geil. So, ich mache wieder einen kleinen Anlauf. Und wie gut das klappt, ne? Mit dem rein EVN, ne? Ja, ja, oh, das war eine Zeit lang auch, ey. Da ist der ständig gestolpert. Aber meistens eher beim Landen, glaube ich, ne? Ja, beim Raus ist er dann immer, hat er sich gedreht, ey. Gedreht. Gedreht. Und dann hat er die Arme und die Beine so komisch dann dabei gehabt. Ja, 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 ja. Ich sag's euch, irgendwann werden wir da alle drüber lachen. Ja, ich mach mal auf. Nichts Mal wahr. Ach so, okay. Ach so, oder du. Bitteschön, nach dir. Okay. So, die Flasche können wir dann nachher auch mal mitnehmen. Ja. Komm, ich bin mal so frei. Nimmst du schon mit? Ja, ja, wir wollen ja ein sauberes Schiff, ne? So, ja, später müsst ihr natürlich Rollen verteilen. Ihr braucht einen Ingenieur, der sich um die Geräte kümmert, falls ein Feuer ausbricht, der das löscht. Ihr braucht einen, der sich um Getränke, um Essen kümmert, so ein bisschen so ein Kantinenoffizier. Ihr braucht einen ersten Offizier, der neben euch sitzt, der sich so ein bisschen um die Schilde, um die ganzen Einstellungen kümmert. Und, ja, der gegebenenfalls auch das Schiff schon mal anmacht. Ihr braucht einen Käpt'n. Also, es wird auf jeden Fall sehr geil. So, wir sind wieder im Schiff. Wir müssen natürlich unsere Engines wieder anmachen, logischerweise. Jetzt sagt er uns, unclaimed cargo, waiting transfer, leaving the area will fade any unclaimed cargo. Das heißt also, wir müssen jetzt zum Cargo-Deck fliegen, was sich, glaube ich, rechts von uns befindet, ne? Ja. Genau, da fliegen wir hin jetzt. Fliegen erstmal wieder rein in die Zone, um dann uns die Erlaubnis zu holen. Achtet hier dabei drauf, wenn ihr hier vorbeifliegt, dass ihr nicht unbedingt vor den Hangar fliegt. Fliegt lieber so ein bisschen drunter, denn es kann halt sein, dass mal ein Schiff rausgeschossen kommt oder halt auch reinschießt. Und achtet auch darauf, dass ihr hier nicht gegen irgendwelche Barken fliegt. Hier ist schon so ein bisschen Gefahrenpotenzial an solchen Stationen vorhanden. Vor allen Dingen an diesen großen Türmen, die da hinten links zu sehen sind. So, wir sind da. Ich denke mal, wir versuchen es doch einfach mal, oder? Ja. Wir gehen wieder ins Schiff, machen das über das Schiff. Hier Cargo bei Genie Point. Hey, this is Cargo Services. Let me see what we got. Ja, da ist das Feld. Wir fliegen rein. Ihr seht, es ist leicht bläulich. Gleich, wenn es... Jawoll, Ski. So, wir stehen. Jetzt ist es grün. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir gehen rein, machen wieder die Engines aus. Und warten, bis es losgeht. Und schon geht's los. Hörst du die Dame eigentlich auch? Nein. So, er startet den Transfer, obwohl er mir da vorne jetzt was Falsches anzeigt, sollte er aber trotzdem die Kisten hier oben entnehmen. Und genau das tut er. Zeigt er dir dann ein Falsches? Er zeigt mir vorne immer noch die rote Schrift. Also er hat keinen Ladebalken. Ach. Aber ich denke mal, es kann sein, wenn ich jetzt aufstehe und mich wieder hinsetze, dann ist es wahrscheinlich richtig. Soll ich das mal machen? Ja, mach das mal. Mach ich mal, ne? Früher war es mal so, dass ihr nicht durchs Schiff gehen konntet, wenn der B- und Entladen hat. Selbst wenn ihr dann hinten spätestens dann in der Spindel, hat er gesagt, Transfer stoppt. Aber ich glaube, mittlerweile geht das, ne? Äh, also meine letzte Information ist ja. Ne, ist immer noch. Aber, ah, ich hab den Quantum Drive an. Deswegen wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ihr müsst den Quantum Drive ausmachen. Dann zeigt er das nicht. Dann sagt er dir einfach, pass auf, Quantum Drive ist nicht gut, weil dann wird das nichts mit dem Cargo-Transfer. Ne, daran liegt es. So, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir wirklich alles an Kupfer verkaufen konnten, ehrlich gesagt. Wenn du den, wenn du das komplett rumziehen konntest, bestimmt. Aber ich weiß nicht, er macht ja immer, wenn du voll gehst, macht er ja trotzdem nur das, was möglich ist. Ja. Wir werden es ja sehen. Wenn gleich nur noch Kupfer dran hängt, dann haben wir alles verkauft. Da oben sind noch zwei, beziehungsweise vier, glaube ich. Ne, sechs sogar. Die wird er dann aber wahrscheinlich rausnehmen erst mal, wenn er die anderen rausgeladen hat. Weißt du, dann wird er wahrscheinlich wieder rausnehmen auf der rechten Seite, auf dem rechten Arm. Siehst du das? Vorne oder hinten? Vorne. Vorne auf dem rechten Arm, ja. Genau, da hast du ja oben den Scrap, das Scrap. Und da drunter noch das Kupfer. Da wird er bestimmt das kurz rausnehmen und das andere wieder umladen. Weißt du, was ich meine? Ja, nicht ganz, aber ich, ja doch, wie er das neulich auch gemacht hat, ne? Genau. Wo dann wieder was dazu kam. So, kann aber sein, dass wir fertig sind. Ich guck mal. Ne, er lädt noch ab. Er lädt noch ab. Okay, ja stimmt, er lädt noch ab. So, da hinten kommt ein Schiff. Ich hoffe, das nähert sich nicht. Wir gucken mal auf unser Portemonnaie, was er mittlerweile sagt, ob wir schon was bekommen. Wo waren das nochmal? Hier, genau. Da. Aber das ist noch die alte Summe. Genau, das kriegst du wirklich erst, wenn du es komplett abgeschlossen hast. Ah, ja. So, das da oben wird ein NPC sein, denke ich mal, der da oben fliegt. Oder der da oben steht. Das wird wieder so eine Security sein, vermute ich mal. Na, solange er uns nicht in die Cargo, in die Cargo-Area fliegt, ist es egal. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Da, wo praktisch das Scrap draufhängt, ne? Genau. Das wird er runternehmen, umverteilen und dann den restlichen hier vorne. Richtig. Das müsst ihr jetzt tun. Da bin ich ja mal gespannt. Da oben ist auch noch. Oben ist auch noch. Ach, stimmt. Ah, stimmt. Da haben wir auch noch. Dann habe ich aber alles verkauft. Ja, ich denke auch, dass es wirklich alles weggegangen wird. So, jetzt sollte er das hier verteilen. Genau, jetzt nimmt er die weg nämlich. Ah, er ist jetzt runter. Zack, zack. Ah, nimmt die wieder an. So, und müsste jetzt die zwei dann wieder ranbappen. Ja. Wo auch immer er das tut, aber. Mal gucken, ob wir es sehen. Ah, mal schauen, wo macht das ran? Und da unten. Unten, ja. Und eine da oben. Ja, da sind auch nochmal zwei. Wunderbar. So, jetzt sind wir durch. Wir machen die Maschinen wieder an. Weil er uns natürlich auch gleich wieder einstornen will, der Dullowutz. Und machen einfach nur eine Kehrtwindung, ne? Zu den Ländepads nochmal. Ja, ich will nur hier schnell eine kleine Kurve fliegen. Einfach, damit er uns hier nicht einstornen will. Genau. Ja. Dieser Dullowutz, ey. So. Jetzt sind wir raus, fliegen wieder zurück zu den Ländepads und machen das gleiche dann nochmal mit Kaufen. Genau, den Scrap. Ja, im Grunde genommen haben wir jetzt ja schon einen Cargo Run hinter uns. Ne? Wenn ihr jetzt nur einen Run gemacht haben wolltet, ihr wolltet einfach nur Kupfer verkaufen, dann hättet ihr es somit jetzt letztendlich erledigt gehabt. Aber wir wollen ja einen richtig schönen Cargo Run machen. Später natürlich dann auch mit Pyro, logischerweise. Das sind die Hangar? Ach, das sind die Hangar. Ja, genau. Richtig. So, ich tauche ab. So, gut, dass ich meinen Offizier dabei habe. Genau. So, diesmal würde ich sagen, doch, wir parken doch wieder. Parken wieder hier. Schön, schön rückwärts rein. Das ist immer noch ganz schön schwerfällig, das Ganze, obwohl wir ja weniger drauf haben. Ich habe auch das Gefühl, dass du deinen Regler relativ weit vorne hast. Kann das sein? Äh, du meinst mein... Ne, der ist auf Standard-Manövering-Speed. Echt krass. Das kommt mir so schnell vor. Ja, ja, ne? Du darfst fertig aussteigen. Ja, ja. So. Aber das sind halt auch die Manövertriebwerke von der IC. Bin raus. Ja, es fühlt sich aber auf jeden Fall gut an. Also, es ist nicht so, dass man denkt, ja, es ist zu leicht oder es ist zu schwer. Ne, das ist gut. Das ist gut. Ne, zum Beispiel, theoretisch müsste der Chris ja auch gar nicht mitkommen jetzt, ne? Wenn ich das mache. Also, er macht das halt einfach, damit wir halt zusammen rumquatschen, rumlatschen können. Aber theoretisch könnte er jetzt ja auch sich um die Maschinen kümmern oder sonst irgendwas machen. Ne, das geht halt alles. Schiff bewachen, in den Turm setzen, falls wer angreift. Ne, all solche Sachen. Das wird auch alles irgendwann auch wirklich von Vorteil sein. Aber noch, glaube ich, ist das nicht so wild. Ja. Also, gerade mit diesem Beschützen, ne? Das haben wir ja auch in den HAL-C-Werbevideo gesehen, ne? Der wurde ja begleitet von Jägern die ganze Zeit. Weißt du noch? Ja. Als die HAL-C rausgekommen ist, gab es noch dieses Werbevideo? Ja, da dunkel habe ich es in Erinnerung. Ja, wir müssen uns diese ganzen Werbevideos unbedingt nochmal, diese ganzen Schiffskommercials im Stream mal zusammen angucken, glaube ich. Machen wir einfach mal einen Commercial-Stream mit den ganzen Schiff-Videos. Ich habe die ja alle, habe mir die ja alle mal runtergeladen. Also, zumindest glaube ich das, dass ich es alle habe. So, was kaufen wir denn jetzt? Wir kaufen jetzt Scrap. Und wir füllen jetzt quasi komplett das Ding mit Scrap auf. Fliegen dann nach Pyro. Pyro ist ja gleich um die Ecke hier. Ja. Und verkaufen da... Also, zum Pyro-Jump-Gate meinst du? Genau, verkaufen da das ganze Scrap und werden dann Diagnostic Roots kaufen und verkaufen das bei Potrassler. Und dann ist unser Cargo-Run vorbei. Geil. Was an Gewinn macht man da ungefähr so an, wenn du so, so prozentemäßig? Kann ich dir nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, mit diesem Cargo-Run machst du ungefähr, wirst du ungefähr... Achso, wir sind welcher... Achso, Pad 4 war es, ne? Pad 4. Wirst du ungefähr einen Gewinn machen, so von 600 oder 700.000, glaube ich. Ah ja. Das ist okay. Also, ich glaube, du machst also einen Scrap-Run, machst du ungefähr 200.000, glaube ich, mit einem reinen Scrap-Run. Aber dabei auch Kupfer und sowas weiter mitnehmen. Also, ich gehe ungefähr, also ungefähr in dem Dreh, also 500. Hm. 600. Ich bin komplett falsch. Wo willst du hin? Ich war irgendwie auf Everest Harbour, da muss man hier links. Genau. Wolltest du noch mal einen Hotdog kaufen? Ja, ja. Das ist doch auch gerade so schön. In so einem Helm darfst du bloß nicht aufstoßen, ne? Ne. Vor allen Dingen nicht, wenn noch was mitkommt. Genau. Ja. So. Gallery. Ne. Und ihr seht schon, ne, was Chris vorhin meinte. Es ist wirklich einfach entspanntes Gameplay. Es ist kein Stress. Ihr könnt euch einfach mal einen Vormittag nehmen. Einfach mal in Ruhe ein bisschen traden. Wenn es klappt, wenn ihr die Workarounds kennt, dann ist das alles wirklich fantastisch. Und mehr ist es letztendlich nicht, ne? Merkt euch, fliegt an die Pads. Nehmt nicht den Dockingarm, ne? Nachteil ist natürlich, ihr seid nicht verortet. Ihr könnt natürlich die Landeanfrage rufen, trotzdem nicht an den Dockingarm fahren. Das könnt ihr machen. Dann seid ihr auch verortet. Aber so sind wir es halt nicht. Ne? Wir sind jetzt halt immer noch auf Microtech verortet, letztendlich. So. Jetzt gehen wir rein. Und ihr seht, die über die Hälfte ist frei. Wir gehen auf Buy und Scrap und hoffen mal, dass wir 3000. Ja, ist nicht komplett. Mal gucken, wird er wahrscheinlich nicht machen. Genau. Das heißt, wir gehen so ein bisschen runter. Machen den gleichen Trick wie vorhin. Auch failed. Gehen nochmal ein bisschen runter. Auch failed. So. Nochmal ein bisschen runter. Auch failed. Ja, doof. Was machen wir jetzt? Gehen wir an den anderen Monitor. Na gut. Was ist mit Processed Food? Das ist doof wahrscheinlich, wa? Sehr teuer. Und ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir das loswerden. Aber eigentlich dürfte das ja kein Problem sein. Nee, Scrap will er nicht. Also ich denke mal, das ist eine falsche Anzeige. Ich vermute, er hat keine 3000 SCUs hier parat. Sondern er will uns wahrscheinlich hier... Er ist wahrscheinlich leer, vermute ich mal. Na dann... Dann... Wir fliegen ja zum Schluss nach Portressler. Okay, dann machen wir es so. Dann kaufen wir jetzt Proceeded Food. Ja. Ja. Wir werden gucken, dass wir das aufbauen können. Haben wir ein SCU. Wow, so viel. So, wir hätten noch Hephaestanite. Geht, passt irgendwie überhaupt nicht in unser... Nee, nur. In unser Router. Nicht mal andere Seiten. Und Waste hätten wir noch. Aber das passt. Waste müssten wir dann wieder auf Everest Harbor verkaufen. Liegt auch nicht auf dem... Obwohl... Doch, eigentlich schon, oder? Na pass auf, dann machen wir... Genau, dann kaufst du jetzt Waste. Warte mal, ich will es nochmal mit Scrap probieren. Ja. Aber er fehlt die ganze Zeit. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz ran. Ja. Und ich gucke mal, aber ich dürfte eigentlich... Ich habe ja kein Schiff hier. Also bei mir ist tatsächlich Max Inventory... Wird 3000 angezeigt, ne? Ja, bei mir auch. Aber er macht halt... Ich kaufe mal eine. Oder beziehungsweise eine kannst du gar nicht kaufen. Kannst du 150 kaufen. Aber auch das fehlt. Also da geht nichts. Ich mache mal Waste. Einfach mal hier so... Ein... 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 Ein paar... Aber auch das fehlt. Hier fehlt gerade alles. Mhm. Ich schmier das Server ab. Bug-inject? Was machen wir da? Eigentlich ist noch alles fit, ne? Eigentlich ist alles fit. Das, was wir machen könnten, wäre jetzt zum Beispiel, dass ich bleibe kurz hier. Mhm. Du fliegst mit deinem Schiff einmal ganz kurz aus der Amistikzone raus. Ja. Logst im Schiff aus. Wir wechseln den Server und dann machen wir einfach da weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Server liegt. Hm. Ja. Das ist das, was ich mir vorstellen kann, weil wir können ja jetzt gerade nichts kaufen. Ne. Wirklich gar nichts, ne? Ne. Obwohl es eigentlich angezeigt wird, dass es da ist. Bei Genie Point, hier kannst du sowieso nichts kaufen. HAL-C. Da geht es. So. Prozess Food ist aber mehr geworden. Wir haben jetzt sechs SCUs. Also, es tut sich auf jeden Fall was. Aber hier, guck mal, hier wird auch gar nichts. Hier kann ich einkaufen, obwohl, ne, jetzt ist null. Hä? Was ist null? Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich auf Prozess Food gehe, also Prozess Food zagt ja mir sechs. Wenn ich da raufklicke, sagt er null. Und was ist, wenn du auf Scrap gehst? Das wird da auch null angezeigt dann? Ne, da bleibt es 3000. Hm. Das kann nur ein Bug sein. Ja, ich mach mal hier fest, dann halt einmal mal als Probe. Ist natürlich irre teuer. Ja. Ne. Geht hier, geht gar nichts. Auch nicht. Ist ja sehr eigenartig. Ne. Komplett failed. Ja, dann hat sich wahrscheinlich das ganze System hier rund um das Cargo aufgehängt. Jo. So, was war jetzt dein Vorschlag? Ich geh ins Schiff, lock mich im Schiff aus. Genau, gehst kurz, ähm, fliegst kurz aus der Amistation raus, ne? Mhm. Ähm, lockst dich dann aus. Äh, und ich bleib hier auf der Station? Ja, machen wir so. Gut. Freunde, ich würde sagen, das cutten wir kurz, einfach um es nicht in die Länge zu ziehen. Wir sehen uns dann gleich an dieser Stelle wieder, Leute. Bis gleich. Jo. So, Freunde, wir sind zurück. Wir sind auf einem neuen Server. Da ist auch schon der Chris, der auf mich wartet. Salute. 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 Ich würde es gerne machen. Ich müsste jetzt die Taste drücken. Du musst dir die echt mal belegen. Ich habe mir übrigens auf das NumPad gelegt. Ah ja, macht Sinn. So, das ganze NumPad ist voll mit, äh, mit irgendwelchen... Emotes. Emotes. No. So, wir wollen mal gucken, ob wir jetzt was kaufen können. Ob das hier besser funktioniert. Stehe wieder am Pad 4. Gehe wieder auf... Bei ist es schon. Gehe auf das Schiff. Scrap. Haben wir auch ordentlich was da. Ich mache hier den vollen Zirkus und gebe ihm. Und es funktioniert. Sehr, sehr nice. So, wir haben noch ein bisschen was über. Könnten jetzt theoretisch noch Waste, Processed Food oder Herr Feste Night mitnehmen. Sollen wir es machen oder lassen wir es? Ach, lassen wir. Also wenn jetzt jetzt... Wie viel sind denn es? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, äh, zwölf. Zwölf? Ach komm, das ist egal. Okay. Ne, zwölf SCU, das ist jetzt wurscht. Ne? Ja, man muss ja auch immer die Zeit und die Spritkosten und die Verbrauchsgegenständskosten muss man ja dagegen rechnen. Ne? Den man Umweg, den man dann fliegen müsste. Ja. So, ich hoffe ja sowieso, dass irgendwann, ähm, nochmal wirklich auch Frachtaufträge kommen, dass du weißt, du holst so und so viel Fracht ab, weil das der Auftrag ist und das ist dann auch auf jeden Fall da, weil das ja dein Auftrag ist, ja. Und dass, dass du dann entscheiden kannst, äh, das ist dann letztendlich das Schiff, was du für diesen Auftrag wählst und dann kannst du gegebenenfalls noch auffüllen mit ein paar SCU. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn das irgendwann kommen würde. Ist das die Flasche, die du hier hingeschmissen hast? Nein. Ich hab die, äh, weggeschmissen. Wie geil du da gerade hingeguckt hast. Nö, nö. Ich hab die auch erspäht, aber das ist nicht meine. So, Pad 4 haben wir uns gemerkt. Yo. Achso, ich geh in die Ecke, genau. Genau, so. Ja, nicht erschrecken, das ist nicht mein Schiff. Also das ist dahinter schon, aber das da vorne nicht. Ja, ja, cool. Das ist irgendwie eine Cutlass Blue, ne, eine Cutlass Red müsste das sein. Eine Cutlass Red ist das, ja. Aber in einem anderen Skin. Ist das so, ne, ein anderer Skin? Ja, ich glaube, der ist schwarz, der Skin, meine ich. Tatsächlich. Steht aber auch nicht Rescue drauf. Ist das vielleicht doch eine Blue? Ist doch eine Blue, ja. Ich weiß gar nicht, was das für ein Skin ist, ehrlich gesagt. Das ist ganz normal, ja. Warte mal, ich guck mal kurz. Ne, das ist der normale. Das ist die Blue, ja. Ja, ja, und das ist der normale Skin. Aber der normale Skin geht ja nicht auf die Blue. Nein, der normale Skin von der Blue, meine ich. Aber der normale Skin von der Blue ist doch blau-weiß. Ja, ja, hier. Ne, der ist blau-grau. Ja? Das ist doch nicht der normale Skin hier. Ja, doch. Echt? So sieht der aus? Ja. Okay. Ja. Dann habe ich irgendwie blauer in Erinnerung. Merkwürdig, merkwürdig. Man munkelt, man weiß es nicht. So, zack. Wunderbar. Wunderbärchen. So, dann geht es wieder rein in den Stuhl. Und wieder zurück zum Cargo-Deck. So, kann losgehen? Mhm. Okay. Kann losgehen. Oh, da steht eine A90. Und schwummelt da noch am Gehäuse rum. Das sehe ich nicht. Hinter uns. Ah, ja. So, wir machen wieder den gleichen Trick wie eben. Fliegen erstmal in die Cargo-Zone. Können ja langsam schon fliegen. Gehen dann ins Schiff. So. Und drücken dann den Cargo-Bereich. Sehr schön. So. Diesmal scheint es irgendwo anders zu sein. Vielleicht auf der anderen Seite? Wahrscheinlich, ne? Mhm. So, was will er jetzt schon wieder? Ach ja. Ne. Hä? You are created a launch. Was hat er denn? So. Mal ein bisschen nach oben. Ah, da ist es. Unter uns. Ah ja. Da sind wir also quasi durchgeflogen, oder was? Ne. Ich glaube, wir sind drüber weggeflogen. Ah. Okay. So, da fliegen wir wieder rein. Man sieht es sehr schlecht, aber kein Problem. So, ich würde aber schon mal wenden. Dann können wir nämlich gleich richtig schön Vollgas in die Richtung. So, wir gehen in Position. Das Ganze ist grün. Wir bleiben stehen. Machen die Engines aus. Ich werde nochmal ein bisschen korrigieren hier. So, müssen dann nach links wegziehen. Aber wie gesagt, Engines aus. Warten ein bisschen. Und dann sollte es aber noch mal losgehen. Vollstehen doch gut, oder? Ja. Ich glaube, du musst nochmal den Trick mit dem Aufstehen machen. Mit dem Aufstehen wahrscheinlich, ne? Ja. Na gut. Workaround aufstehen. Lüpp. Einmal um den Sessel gehen und wieder hinsetzen. Hat nicht geklappt. So, dann... Ist das ja schon der Balken da? Unable to transfer, sagt er. So, dann... Oh, hast du noch irgendwas an? Äh, nee. Also ich habe noch die Triebwerke... Äh, die Dings habe ich noch an. Die Schilde und die Engines und so. Also jetzt Triebwerk habe ich aus. Okay. So, ich mache aber mal alles aus. Wenn das nicht funktioniert... Machen wir einfach alles wieder an. Und fliegen einfach mal ein Stück. Ganz genau. Ja, manchmal muss man einfach nochmal ein Stück... ...in diesen Bereich fliegen. Ja, jetzt fängt er an. Jetzt fängt er an. So. Ja. Wir haben eine Erreignung, also ich stoppe den Transfer. Mache sicher, dass du in der richtigen Position bist. Die Umgebung ist klar, damit wir gehen können. So, jetzt... Halt, wir beginnen, deinen Cargo transferieren. So, jetzt geht's los. Ja. Jetzt müsste der Kasten wieder verschwinden. Genau, wir machen die Engines am besten. Oh, ich lasse die Engines mal an. Ich lasse es mal an. Ja. Solange der Kasten weg ist, ist ja auch eigentlich alles ganz gut. Genau. Und ich meine, was sagst du, wie gefällt dir so die HALC Trading Mechanik? Ich find's cool. Also ich weiß ja, dass noch was kommt, dass irgendwann das alles manuell beladen werden muss und dass natürlich auch letztendlich auch in einer Mannschaft dann gearbeitet werden muss. Also als alleiniger Trader könnt ihr das jetzt natürlich noch echt easy locker machen, so wie das jetzt funktioniert. Irgendwann wird das aber nicht mehr funktionieren, weil dann braucht ihr die Crew, ihr braucht die Mannschaft, die halt auch für dieses Schiff vorgesehen ist und nur so ist es dann effektiv, weil ihr einfach ewig rumdödelt, wenn ihr alleine seid. Ihr müsst alles selber machen, das ist einfach viel zu viel Zeit, die dabei drauf geht. Zudem habt ihr natürlich auch keine Verteidigung, ihr habt keine Leute, die in den Türmen sitzen können. Also jetzt geht das alles noch, aber irgendwann wird das halt nicht mehr gehen. Aber ansonsten find ich's cool und ich freu mich auch mega darauf, was halt irgendwann alles noch so kommen wird. Da bin ich echt mal sehr gespannt. Und du? Ich find das auch, mir macht das Spaß. Wie ich vorhin schon sagte, das ist so ein schönes Feierabend, so eine Feierabend-Mission, die man macht irgendwie, oder so ein Feierabend-Trading-Run. Ich finde, man kann sich da super unterhalten mit Freunden, wenn die dabei sind oder sowas. Also ich find das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man die Workarounds kennt. Das stimmt, ja. Irgendwie hat der Server gerade so ein bisschen... Er hat auch wieder so ein bisschen Schluck auf, ne? Ja, ja. Sagt der Chat. Ist alles gut. Ja, meistens liest man ja dann im Chat auch schon, wenn's Probleme gibt. Wenn dann die ersten Fragen reinkommen, 30k? Dann wisst ihr schon, irgendwas stimmt nicht. Aber ich hab den Chat ja immer aus. Deswegen weiß ich das leider immer alles nicht. Ich tatsächlich auch. Aber in so einem Fall mach ich den immer mal wieder an. So, wir sind gleich voll. Auch wenn es von außen nicht so aussieht. Ist das so? Echt, ja? Ja, irgendwie sieht es schon relativ leer aus alles noch. Ja, oder die sind jetzt gleich. Oder wird uns gleich als komplett. Meinst du, das poppt einmal dann komplett auf, ja? Mhm. Ja, sind mir nicht nur noch 10 Sekunden eigentlich. Ach. Ja. Wahrscheinlich ist gleich auf alles... Einmal auf alles... Alles auf einmal da, so. So, wir sind durch, sagt er. Okay. Mal dann. Aber er sagt uns nicht, dass wir durch sind. Oh weia. Oh weia. Oh, warte. Ja. Er sagt, alles Cargo ist transferred. Wir sollen safe fliegen. Sagt er? Sagt er. Dann fliegen wir mal safe, oder? Okay. Es ist halt jetzt die Frage, ist es nun ein Anzeigefehler? Mhm. Oder? Was meinst du? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass es ein Anzeigefehler ist. Aber du konntest die 3000 komplett kaufen, ja? Ich konnte die 3000 komplett kaufen, ja. Okay. So, dann würde ich sagen, müssen wir los und lassen uns drauf ankommen, oder? Genau. Genau. Dann einmal bitte nach Stanton, Pyro, Jumpgate. Jo. Er sagt mir auch, er meckert auch nicht. Also er sagt auch nicht hier von wegen, äh, jetzt, ich store dein Schiff ein. Das macht er zum, macht er irgendwie komischerweise auch nicht. Okay. Jetzt macht er es. Okay, na dann, stell weg. Ja, könnte ein Anzeigefehler sein. Würde mich jetzt, sagen wir mal, nicht wundern. So, das heißt, Pyro... So, das heißt, Pyro... Geil, Geil, Anzeigefehler. Guck mal. Kommt es jetzt langsam, oder wie? Ja, es kommt. Äh? Ja. Ja, jetzt ist es mehr, ne? Aber es ist jetzt alles? Ne, noch nicht, aber gleich. Es poppt hinten zumindest schon mal alles auf. Hinten sind wir jetzt komplett voll. Okay. Schauen wir mal vorne. Ja, es ist eine Anzeigefehler. Okay. Ja, okay, jetzt kommt es alles nach. Auch witzig. Guck noch nicht erlebt. Stimmt. Das wird komplett hier erlebt, man immer wieder was Neues. Ja, das ist immer wieder spannend. Diese 890 da unten, ey, wie die da rumäumelt. Naja, gut, okay. Dann planen wir mal die Route, lassen ihn da noch beladen in Ruhe. So. Wird wahrscheinlich einfach ein langsamer Server sein, der jetzt hier noch... Ja, das denke ich auch. Und springen mal zum Stanton Pyro Jump Point. Ich weiß nicht, ob der Server geil ist hier. Ich kann irgendwie auch keine Route setzen. Oh, die kommt ganz spät, die Route. Eieieiei. Eieiei. Ah, ja, gut. Vielleicht ist das aber auch die 890, die hier Probleme macht. Aber ich befürchte... Dass der Server fritt ist? Ich befürchte, der Server ist fritte. Aber egal, wir ziehen es durch. Vielleicht ist auch nur dieser Objektcontainer hier einfach fritte. Ja, komm, wir versuchen es. Wir versuchen es. Wir haben ja auch keine andere Wahl. Eben. Alles für die Wissenschaft. Alles für den Dackel. Genau, alles für den Club. So, haben wir unsere Ware jetzt mittlerweile hier hinten dran? Ja, sieht gut aus. Ja, so einen großen Teil, ja. Ich hoffe, da kommt noch was ran. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Ich glaube, es müsste sein. Müssten wahrscheinlich wirklich noch zwölf sein, die fehlen. Vermute ich mal, so ungefähr. Aber es reagiert alle schon sehr spät. Also der Quantum Drive gerade auch, das war... Ich glaube, bevor ich in die Außenansicht gegangen bin, das hast du jetzt natürlich nicht gesehen, habe ich schon den Quantum Drive ausgelöst. Oha. Also das war wirklich... Schauen wir mal. Ja gut. Wie weit wir hier kommen. Oh. Oh. Okay, also ich bin raus. Ich auch. Okay, und ich höre immer noch Quantum Geräusch. Ich nicht. Oh, das ist aber auch was Neues, oder? Dass man so einfach so aus dem Schiff fliegt. Ich bin komplett raus. Oder, was auch sein kann, dass die Einstorung des Schiffes, ja das Einstoren, schon da war. Er uns es aber nicht gesagt hat. Dann sind wir rausgeflogen, wir waren aber schon viel zu spät, sind dann losgeflogen und dann hat er eingestort, obwohl wir eigentlich schon unterwegs waren. Vermute ich mal. Dann lass uns das mal testen. Also ich meine, du bist zum Glück hier gleich bei mir. Das ist ein Zeichen dafür, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, ne? Ich bin gleich bei dir? Ja, du bist zwölf Meter von mir entfernt hier. Ich sehe dich aber gar nicht. Also dein Marker. Also ich sehe dich nicht. Okay. Dann würde ich sagen... Das Ding ist aber, wenn ich jetzt ins Menü gehe, bin ich wieder auf Port, auf New Babbage. Nein, wieso? Wir sind ja nicht gestorben. Ach so, ja klar. Ne, welche Station? Ne, ne, nein, du bist auf Pagini Point. Das ist mal die letzte Station, wo wir vorhin waren. Aber wir haben ja keine Landeerlaubnis erbeten. Verstehst du? Du hast mit dem Cargo telefoniert. Meinst du, das reicht? Ich hoffe. Freunde, wir testen es. Entweder ist die Folge gleich vorbei oder eben auch nicht. Also wir sehen uns gleich. Wir gehen ins Menü. Oh, was jetzt? 30K? Tatsache, Freunde, da ist er. Das ist gut. Ein Glück, Freunde. Deswegen, unser Schiff wird mir nicht restored jetzt. Es ist nicht weg. Hoffentlich zumindest. Und vielleicht, wir gucken mal, wo wir gleich sind. Und wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Oh, man. Oh, weia. Serverabhängig. Weil bis jetzt, muss ich sagen, ist das mit dem Cargo super funktioniert. Ich bin jetzt wieder im Weltall. Ernsthaft? Aber wie geht denn das, wenn es ein 30K war? Äh, ich auch. Das schnall ich nicht. Ich schnall es auch nicht. Ist das schon Server-Replication? Äh. Weil 30K ist ja ein Serverabsturz. Es kann ja nicht der gleiche Server sein. Nee, nee. Definitiv nicht. Ähm, dann warten wir aber noch mal ganz kurz. Ich guck mal, wenn ich jetzt... Du bist auch 47.080 Kilometer weg jetzt. Menü. Also ich könnte jetzt ins Menü gehen, ohne Probleme. Kannst du das auch? Ja, ich kann das jetzt auch. Okay. Dann machen wir das jetzt mal, oder? Ja, ja. Verrückt, Freunde, verrückt! Ich bin im Bett. Das ist gut. Ich bin auch im Bett und auf jeden Fall auf einer Raumstation. Ja, und ich glaube, dass du auch hier bist bei mir. Also muss man keine Landeerlaubnis mehr erbitten, sondern muss nur was auf der Station machen, um dort vor Ort zu sein? Ja. Das wäre ja ganz geil. Du bist auch hier 36 Meter von mir entfernt. Ja, hervorragend. Statione. Jetzt muss nur noch das Schiff hier sein. Ja, das wird es auch sein, weil ich habe dir ja vorhin erzählt, dass es das zur Zeit wirklich gut klappt. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass dem auch so ist und ich nicht blöd zu erzählen habe. Und das hoffe ich auch. Dann würde ich sagen, machen wir das selbe Spiel wie vorhin. Du holst das Schiff. Und wir fahren da aber mit, wir fliegen da mit einer Pisces wieder hin. Genau. Das ist nämlich ein weiterer Workaround, den wir euch zeigen können, dass wenn euer Schiff dann doch eingestort ist, aus so einem Grund, wenn es jetzt überhaupt hier ist, nimmt nicht den Fahrstuhl zu den Dockingports, sondern nimmt einen Shuttle und steigt dort aus momentan. Dann seid ihr auf jeden Fall sicher. So, dann wollen wir mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Und das Schiff ist... nicht hier. Oh nein. Wo ist es? Es muss geclaimed werden. Oha. Also, es ist bei A-Corp, steht hier. Location A-Corp. Ach. Aber dann ist das ein ganz großes Problem. Ja, weil auf A-Corp kannst du es nicht rufen. So sieht es aus, weil das Ding ist voll beladen. Genau. Kann aber auch sein, dass das noch unterwegs ist. Dass wir uns jetzt, wenn wir jetzt eine Stunde warten würden und es nochmal versuchen würden, letztendlich ist dann doch hier wer. Ah, so meinst du das. Ja, das könnte natürlich möglich sein. Das kann halt sein. Aber schade. Schade, schade, schade. Ja. Wirklich schade. Aber Freunde, wie gesagt, es ist noch eine Alpha. Regt euch über sowas nicht auf. Probiert es aus. Schreibt euch die Fehler auf. Berichtet es im Issue Council, sodass wir am Ende ein schönes Spiel haben. Ich würde sagen, der Versuch war es wert. Wir haben zumindest einen Cargo-Run erfolgreich gepackt. Eine ganze Kette wirklich über mehrere Stunden zu machen, ist natürlich mutig zurzeit. Aber macht Bock. Und es geht auch. Wenn ihr Glück habt. So sieht es aus. Juhu, ihr Lieben. Dann bis zum nächsten Abenteuer. Wir verabschieden uns. Tschüssi. Koski. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Ski.